Hallo Leute und willkommen zurück zum Take-It-Live-Projekt mit Stefan und mit Spekta-Elekt-LP. Hallo. Oh, hallo. Ja, dann erzählt mir, was ihr in dieser Folge vorher habt. Flo, du, ich blut gerade bis gleiche. Was? Ja, ich blut. Blutet. Also ich wollte mal, äh, jetzt mal Brote machen und dann vielleicht eine Query, ich weiß es noch nicht genau. Ja, ich werde jetzt erstmal zur Baupfarm runtergehen, mal schauen, die müsste bald voll sein. Ja. Also wenn er Oakwood braucht, ich habe fast eine ganze Chest voll. Eine Doppelkiste. Und ich habe jede Menge Äpfel, wenn er braucht. Okay. Holz bis zum Abwinken. Ach so, ja, bei uns ist übrigens ein Creeper explodiert. Das, ja. Oh. Ah ja. Blöden Creeper immer. Ich war also so ein Enderman auf dem Grundstück. Den machen wir eben platt mit meiner... Oh, er ist verschwunden. Schade. Ich hatte gerade das Powertool auf ihn gerichtet. Schade. So, ihr habt ja ein paar Äpfel für euch. Könnt ihr essen. Habt ihr was zu essen in der Kiste? Okay. Boah, danke. Bitte schön. Wenn ihr noch Holz braucht, sagt Bescheid. Okay. So, dann wollte ich mir jetzt noch eine Ender-Chest machen. Müssen wir jetzt mit der Straßenreinigung hier vorbeifahren? Oh, Wolle. Ja, Blaze Roots. Was brauchen wir noch? Zwei Obsidian, eine normale Chest und eine Ender-Perle. Aber Obsidian habe ich ja satt und genug. Habe ich noch Ender-Perle oder muss ich neue machen? Ne, habe ich noch zwei. Sehr schön. Und ne, Chased. So. Achso, ich habe in einer eurer letzten Folgen gesehen, dass ihr Probleme hattet mit dem Minium Stone. E-Echt so? Ja, da wolltet ihr irgendwas mit dem Minium Stone verkraften und da wurde das rechts im Table nicht angezeigt. Boah. So, ziehen. Weiß nicht mehr, was das war. Was? Was? Und zwar zeige ich euch das mal kurz. Geht mal in den Table dann. Dann könnt ihr den Minium Stone nehmen und wenn ihr was umwandeln wollt und das nicht angezeigt wird rechts, dann müsst ihr da einfach mal draufklicken. Weil das ist ein Bug in der Version noch. Okay, und wie war das nochmal mit dem Relentless-Mod? Was ist nochmal die Mithü-Mithü-Mithü-Mini-Taste? Ja, ich weiß nicht, wo drauf wird, die Linken abgeben, gebt mir einfach, ich stelle es euch ein. Ich stelle es euch ein, ich stelle es euch eben rum. Flo? Na? Na, ich habe sie nicht. Was ist? Ich stelle es euch eben rum, ist kein Problem. Na, der hat die Dings, die Elektro-Grenz. Ah, da ist es drin. Moment. Lossless-Ranch-Mode enabled. So. Okay. Die bleibt jetzt da drauf stehen, die müsste bloß, die ist immer schnell leer. Guckt, dass die voll ist, wenn er was versucht abzubauen. Mhm. Alles klar. So. Jo, äh, ja, ja. Also wie gesagt, wenn ihr Probleme mit dem Minium Stone habt, das rechts im Ausgabefeld nicht angezeigt wird, was ihr umwandeln wollt oder so, dann müsst ihr einfach mal da mit der Maustaste da reinklicken. Okay. Kann nämlich sein, dass das nicht angezeigt wird, weil das ist total verpackt in der Version. Habe ich auch gehabt mit dem Eisen zum Beispiel. Ich baue auch Elektronik, so acute, so. Haben wir, oh... Moment, ich kann mir doch das im Ganzen, ob Sie denn eigentlich Eisen machen. Och, nö, Flo. Was? Äh, wir haben nicht, ach scheiß, wir haben nicht mehr so viel Redstone. Echt nicht? Ist ja geil. Klappt sogar. Braucht ihr Redstone? Redstone, sehr viel. Wie viel? Äh, weiß ich nicht. Wie, wie, sehr viel, wie viel weiß ich nicht. Flo, hast du schon... Oh mein Gott, oh mein Gott, Flo. Was? Wo ist der andere Crafting Table? Der ist weg. Oh mein Gott, der Bauch, Felix, da eine Frechheit. Frechheit, Flo, echt. Ja. Oh, 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 für was habe ich jetzt da entcrafted? Wie ist... Echt kurz. Ist mir vielleicht ein Kunde. Hier kommt er damit erstmal aus? Oh ja, danke. Ich habe noch immer 18 Redstone. Ich habe jetzt einen Stick. Okay, danke. So, da ist... Hinter dir. Für was... Oh mein Gott! Was? Weiß nicht. Ich wollte nur so gesagt haben. So. Mein Jetpack brauche ich noch nicht aufzuladen, aber das Power Tool... Jetzt frisst es die ganze Energie der MFE... ...und ist immer noch nicht voll. Oh, krass. Okay, dann gehen wir mal runter zur Baumfarbe und stellen jetzt eine Ender-Chester-Starte rein, dann wird das auch direkt aufgesaugt. Ich baue da die Solarzelle, er gibt alles raus, Frechheit. Frechheit. Ja, nix da. Flo, wo ist das Glas? Da. Da! Hm! So, die Ender-Chester-Starte. Schon langsam müsste ich mir das Rezept gemerkt haben. Wunderbar, können wir direkt immer alles reingehen lassen. Perfekt. Ich habe schon über 1600 Holzstämme drin. Was? So viel? Ich muss die Holzproduktion wieder ändern. Was soll ich denn jetzt da rein tun? Ich weiß nicht mehr, wohin wir im Holz. Entweder wir bekommen zu wenig Strom bei der Baumfarbe oder... Creeper! Wuhu! Oder die Bäume haben zu wenig Platz. Warte mal, schau, sie kommen wieder bei eben an bei euch. Flo, Creeper, komme, schlag ihn. Wo? Flo! Wo? Flo! Ja! Flo? Flo, Flo! Flo! Ja! Wo ist der Creeper? Barbushka! Da! Oh mein Gott, Flo, geh weg! Ja, killt mir wieder den Pole! Äh, pullt mir wieder den Kiel! Wo ist er? Tot, der Creeper. Nur die Baumfarbe. Ich glaube, da ist zu wenig Platz noch. Nee, kann auch nicht sein. Da hast du eine Spinne hinter dir, Flo. Oh, danke. Flo, weg ist er. Hier, ich mach alles mit der Railgun. Ja, das Power-Tool ist ziemlich geil. Ja. Was habt ihr denn hier? Lass mal gucken. Also, die Energie ist voll. Ihr müsst mehr ausleuchten. Ihr braucht mehr Helligkeit. Flo, sofort, twackel an die Wand. Haben wir noch welche? Weiß ich nicht. Du fragst mich Sachen. Ja. Oder du gehst ins Nether und verrecken nochmal so wie gestern. Ich schwöre, wir haben die Pigments nicht mal geschlagen und auf einmal greifen die uns an. Teile mal eure Zappings ein bisschen auf. Okay. Weil die werden auch irgendwie nicht richtig verteilt. Also, ich dachte, mit dem müssen nur ein Einfelsender weil in jedem Fleck dann geht es erst. Ja, du musst so Sag mal, Flo, was wollte ich sonst noch machen? Ich habe die Frage gegeben. Ich muss später ausleuchten. Bist du vorfällig, oder? Ja, fast alles zu tun. Ja, was? Oh, query, query, uh, query. Verdi. Na, komisch hier ist, wieso pflanzt die denn nicht an? Zu wenig Strom. Ne. Das kann nicht. Oder es liegt wirklich nur an der Helligkeit. Also, ihr müsst in der Nähe der Bäume, wo die wachsen, müsst ihr ausleuchten. Nicht da hinten. Flo, die Fackeln sind weg. Ich brauche neu. Was? Wackeln setzt du denn da? Keine, ich warte das jetzt bei der kompletten Flo mehr Fackeln. Willst du hier Festbeleuchtung machen? Ja. Steigt morgen eine Party bei euch, oder was? Ja, wie ein Baum wächst schon. Flo, mehr Fackeln. Sofort. Mehr Fackeln. Ja, ja, Moment. Das ist sich nicht nur für eine halbe Wandausgang. Sofort, Fackeln, komm. Ja. Wir brauchen, glaube ich, mehr Kohle. Ja, da brauchst du aber jede Menge Kohle, wenn es die ganze Wand vollsetzen wird. Nein, Stack reicht, glaube ich. Zu wenig. Das geht sich höchstens für eine Dreiviertelmaus aus. Flo, was hast du da mit die Fackeln gemacht? Wann platzierst du die so komisch an der Wand? Ich habe das alles symmetrisch gemacht, und du? Flo, reiß bitte mal die Fackeln von der Wand weg. So, ich fliege, glaube ich, bei der Quarry. Flo, reiß du jetzt bitte die Fackeln da weg. Ich komme mir aus dem Lachen nicht mehr aus, ich habe einen Lachflash. Ja, ich auch nicht. Flo, jetzt bitte, baut doch die Drecksfackel da ab. Welche? Welche, die was sind da liegen? Nicht da hinten, nicht. Da, da, da. Du musst die ganze Zeit lachen wegen denen, weil sie alles falsch macht. Platzier doch an der Seite von den Bäumen, wo sie die pflanzt, platzierst einfach noch ein bisschen dort, und dann stellst du mitten rein Fackeln. Dann wachsen die auch gut. Ja, stimmt. So habe ich es gemacht. Welche soll ich jetzt weggeben? Oh mein Gott! Diese Linie da oben! Er fragt mich dreimal, welche soll ich dir an der Linie, die was ihn so komisch angreift sind. Oh, die Quarry war ja fertig. Geil. Flo, wie weit bist du mit der Quarry? Flo ist mein Ding. Der muss das alles schnell stehen machen. Die hat die Quarry genug freigelegt. Flo, komm, schnell. Schneller, nee. Schneller, 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 Flo. Schneller. Haben die da keinen Platz, die Bäume? Hörbaum, nee, weiß ich nicht. Oh, doch. Nee, sind da Dias an der Wand? Da sind Dias. Die hol ich mir aber noch. Die Bedbox ist komplett voll. Oh, sag ja nicht. Sag ja nicht. Sag ja nicht das Licht an ihren so dämlichen Kabeli. Nee, kann es auch nicht sein. Ist ja alles angeschlossen. Oh mein Gott, Flo. Oh, wenn du die Fackeln abbaust, dann sammelst du sie auch wenigstens ein. Hab ich ja. Nee, hast du nicht. Ich hab da neben noch sieben Stück aufgesammelt. Ja, und ich hab 18. Oho. Ich bin durch. Flo, mehr Fackeln, bitte. Mehr Fackeln. Mehr. Kannst du bei dir 18 geben? Ja. Du bist ja voll im Fackelrausch. Sicher, es leuchtet so schön. Warum gibt's da nicht die komischen Fackeln, die die Monster abhalten? Die waren geil. Die intaktschen Torches oder wie die da ist. Oh, ein Baum ist gewachsen. Und das ohne Bohnenmüll, Flo, ne? Was? Ohne Bohnenmüll ist ein Bäumchen gewachsen. Ja, cool. Jetzt bekomme ich wieder Schaden hin. Oh, hier ist ja eine riesen Höhle drunter. Und eine Mine ist hier und alles. Also, ihr könnt ja Ressourcen fahren bis zum Abwinken, wo die Query von mir gestanden hat. Echt? Ja. Ja, Wolf, Flo, die Bäume, sie wachsen endlich. Nach drei Millionen Fackeln. Und schaut mal, ob ihr nach Verzauberung Respiration bekommt. Wenn ihr das auf dem Helm macht, dann könnt ihr länger unter Wasser atmen. Ach, das kenn ich, das ist geil. Das ist praktisch irgendwie. Ja, hab ich mir auch drauf gemacht auf den Dia-Helm, weil ich hatte mal so ein Buch in der Mine gefunden mit Respiration, mit dem Tialo am Anfang. Und da hab ich mir dann auf den Dia-Helm gecraftet. Okay. Flo, ich spring mal in den Tod. Ja, cool. Viel Spaß. Och, komm, ein halbes Herzabzug, das ist jetzt verarscht. Aber bitte jetzt kein Massensuizid, ja? Nee, Flo, hüpf mal runter. Wohin? Naja, runter. Flo, du hast die Farm schon wieder nicht ampflanzt. Welche Farm? Na, welche Farm? Draußen da. Weißt du Bescheid? Ich bin kein Farmer, ich darf das nicht. Aha, also du farmst keine Ressourcen? Doch. Ja, klar, komm. Nein, Kripper, nein, nein, nein. Wie, ich schwöre, wie ist das? Ja, hab ich gerade auch einen abgeschossen. So, die Ranch hatte ich vergessen, ich musste die Geräte auch irgendwie wieder abbauen, würde ich sagen. Neun Diaz habe ich aus der Wende geholt noch. Boah, was? Warte mal nicht, was wollte ich nicht? Flo, was wollte ich nicht? Weiß ich nicht. Solar, genau. So, jetzt brauche ich noch Redstone Torches. Ich muss mir neue Landmarks machen, ich habe zwei verloren beim letzten Mal. Gibt es die Torch da nicht? Was denn? Da gibt es so geile Fackeln, die, ich weiß nicht, das ist glaube ich erst später kommen, oder gibt es die in der Version nicht, die was die Zombies abhalten? Ne, die gibt es nur in TechEd Classic. Ach Mist, die sind so geil. Die hätten die da ruhig reinmachen können. Ja, klar. Flo, ich baue für dich extra einen Training-Dummy irgendwann, ja? Training-Dummy? Für was? Für was soll er denn trainieren? Kein Plan. Schnelle Ressourcen abbauen und schneller Fackeln craften. Okay, wollt ihr schlafen gehen für eure Energie, oder? Jo. Ja, Moment. Krieg ich mich mal rein. Flo, du legst dich jetzt schnell ins Bett. Ja, Moment. Na, nix, Moment, jetzt. Doch, Moment. Papa hat gesprochen. Ja. Du kommst jetzt ins Bett. Ja, Moment. Also nicht zu mir in dein eigenes, ja? Ja, das, ja. Schneller, Flo. Ja, Moment. Sag mal, wo bist du denn im Keller? Das dauert vielleicht. Na, endlich. Du bist grad auf mein Weg gesprungen, das kannst du gleich sauber machen. So. Oh, Wander. Was fehlt denn noch für die Solarzelle? Flo? Ja? Was fehlt denn generatorkraften? Halt. Da kann ich ein bisschen Kabel mitnehmen. Ich hab 72.000 Kobblestone jetzt. 22.000? 72.000? Hahahaha. Alles in meinem E-System drin. Lol. Was? Wenn man Steine braucht, kein Problem. Ja. Flo? Ja? Du bist jetzt fertig. Mit was? Generator. Nein. Boah. Ich bin froh, dass hier keiner das Nachbargrundstück von mir hat. Da ist ein Creeper drauf ohne Ende. Das ist eine ganze Armada. Uh. Warte mal, wie viel Batterien braucht man für einen Generator? Drei? Mit Generator, eine. Echt? Ja, eine bei der E-Batterie, ein Iron Furnace und dreimal Refund Iron. Flo? Ja. Ja. Flo, kannst du mal... Haben wir kein Eisen mehr? Doch. Uh, Iron Doost kannst du es bitte gleich... Wie viel brauchst du? Iron Doost? Viel. Wie viel? Weiß nicht. Das ist sehr viel. Ja, komm. Wie viel brauchst du? Walla! Drei! Der macht gleich... Der macht Refined Iron. Hahaha. Ey, der macht... Der bringt mich auf die Palme. Flo weiß, wie Refined Iron geht. Ah, hab ich gar... Ah, shit. Du redest schon wieder österreichisch. Das ist jetzt... Was war jetzt österreichisch? Hahaha. Das habe ich genau gehört gerade, ja? Was? Du so... Ich weiß nicht, was ich sagen will, ja? Soll. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Wo rennst du jetzt wieder hin? Keller. Keller Kind. Muss so sein, Flo. Muss so sein. Da. Gibst man sie... Gibst man bitte? Ja. Das sind ja nur sie... Ich wollte drei und nicht sieben. Ist mir egal. Ach. Flo? Ja? Kannst du mal Glaskab... Glaskabelfaser machen? Glaskabelfaser, ja. Glaskabelfaser, okay. Das ist schon... Flo, kannst du mal ein Iron... Oh mein Gott, Flo! Was? Ich hab gesagt, du sollst mal drei Refined Iron und acht für einen Eisenofen. Ja. Du bist so eine Pilzgut. Du hast jetzt sieben. Ja. Ja und? Refined Iron und für einen Iron Furnace brauchst du acht normale Eisen. Ja, hab ich. Ja, dann mach bitte mal einen Iron... Iron Furnace. Boah, kannst du auch den normalen Stein Furnace mit fünf Eisen craften, dann hast du einen Iron Furnace. Flo, mach das mal. Mach das mal. Bitte, schau, ich mein, ich mach da die ganze Arbeit, ich muss die Treppe... Ich brauch nur einfach nur auf die Rezepte zu klicken. Ja eben, Flo. Du brauchst nur auf die Rezepte klicken. Ich weiß. Leute, Leute. Flo, mach jetzt bitte weiter. Ja. Mach bitte weiter. Bist du jetzt fertig? Nein. Oh mein Gott, Flo, das sind nur fünf Blöcke, ja? Ja. 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 Da. Hast du den jetzt geschafft? Da. Oh, oh. Flo, wo ist er? Ich habe ihn nicht mehr. Ja. Oh mein Gott, Flo. Ja. Flo, das nächste Mal brauchst du die Solarzellen nicht, die gehen, die sind so kompliziert. Ist daran kompliziert? Ich glaube, die Folge, wenn ich Lachflash mit zuheben, gehen wir halt eh. Ja, Lachflash ohne Ende. Flo, kannst du bitte die zweite machen? Welche zweite? Solarzelle. Ich dachte, ich sollte die Query machen. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich selbst lachen. Die mache ich schnell. Du brauchst länger als eine Oma mit Rollata. Halt, ich brauche Gold. Und das crafte ich gerade. Eine Oma mit Rollata ist wirklich zehnmal schnell. Wir haben dann noch acht Brote und du sagst, wir haben nichts mehr zum Essen. Habe ich nie gesagt. Sie hat doch zwei Stecks Äpfel von mir bekommen. Ja. Stimmt. Und das sagst du erst jetzt, Flo? Weißt alles, immer so, Flo. Ich war weg. Ich war meine blutende Nase am Stoppen. Blutende Nase. Wie hast du denn das geschafft? Ich weiß nicht. Ich hau mich so gegen die Nase irgendwie. Vor allem, dass ich überhaupt nicht komme. Schau dich einmal an. Mit der Tastatur oder mit der Maus? Beides. Ah, okay. Ey, stell mir vor, ich hätte nicht auf Aufnahme drückt. Stell mir vor, ich hätte einfach nur... Ja. So, ich die Länden mag es einsammeln. Ich hasse das, wenn die mal runterfallen. Was ist noch wichtig? Wie war das jetzt mit dem Scrap? Ich habe das ganz vergessen. Ich habe einen Einzelspieler was testen wollen und dann ist das nicht gegangen. Damit man einen Jujometer bekommt. Du meinst, da kann aus Jujometer nur beschleunigt werden, dass es produziert wird. Nee, ich will einfach nur U-Meter. Dann brauchst du Messfabrikator. Flo bauen Messfabrikator. Flo, mach mal. Flo macht dies, Flo macht das. Flo macht alles. Oh, wir brauchen Advanced Circuit. Da brauchen wir Lapis Lazzluli. Lazzluli. Hammer Kloster. Hast du das schon? Ja, das haben wir sogar. Aber wir haben kein... Kloster haben wir nicht. Flo geht in die Höhle mal. Da brauchst du, musst uns ein Messer. Äh, meinte ich doch. Ich komm schon durcheinander. Höhle, der Nieder ist ja selbe. Nur ist im Nieder rot und in der Höhle dunkel. Flo, mach mal schneller. Flo, mach mal dies. Flo, mach mal das. Ich brauch Gold. Kauf dir eins. Bei Aldi. Ich hab erst zwei. Flo, kannst du mir vielleicht auch noch helfen? Ja, gerne. Flo, da ist ein Gold-Bahn. Wo? In der Kiste. Wo? Äh, ich war neben dem Dingstable. Da drin ist ein Gold-Bahn. Dingstable. Ja, Projekt-Table. Flo, fahr mal Gold. Ja, ja, ja. Oh, hast du es gehört, die Bäume? Ich brauch 16. Ich brauch 16, Gold und hab drei. Was labisch du? Ja. Okay, wie lange nehmen wir schon auf? Dann. Ja.